Hey Freunde und willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Silber Cracker Fontänen von Funke dran. Silber Cracker von Funke. Die Cracker Fontänen haben 100 Gramm NEM und man bekommt sie im 5er Pack für 15 Euro. Wie gesagt 100 Gramm NEM pro kleine Fontäne ist echt viel. Das 5er Pack sieht üblich so aus und da würde ich mal sagen, gehen wir mal raus und testen mal eine dieser wunderbaren Fontänen von Funke. Also bis gleich draußen zur Zündung. Wie versprochen jetzt die Silber Cracker Stern Fontänen von Funke. Fangen wir gleich zwei Stück. Fangen wir mal an. Untertitelung des ZDF, 2020